Das ist einer unserer 12 Meter Tukans. Wir werden jetzt mal in die Maschine ran gehen. Da werde ich Ihnen als erstes mal zeigen, wie die Bodensteuerung funktioniert und danach werden wir in den Korb gehen und dann kann ich Ihnen mal die Korbsteuerung demonstrieren. So, hier haben wir unseren Schlüssel. Hier ist das Zündschloss. Da muss ich auch darauf achten, dass der Schlüssel richtig rum ist. Wenn ich den nach unten stelle, auf das niedrige Kästchen, ist dann die Bodensteuerung aktiv. Die Maschine piepst einmal. Das ist der Selbsttest. Und dann kann ich von hier unten die Funktionen fahren. Der Notaus muss natürlich draußen sein. Dann drücke ich den Schalter hier, diesen Schlossschalter, diesen Blitz, muss ich drücken und dann kann ich eine Bewegung aussuchen. Hier zum Beispiel Mast heben. Dann habe ich zum Beispiel hier die Funktion Korbarm heben. Hier wäre dann die Funktion Korbarm austeleskopieren. Und die letzte Funktion, die ich hier noch habe, ist den Oberwagen schwenken. Das sind die Funktionen, die ich von hier unten fahren kann. Ansonsten haben wir hier noch eine Taste. Da wo das P drauf durchgestrichen ist, da kann ich die Bremsen mit lösen. Das heißt, wenn meine Batterie mal leer ist und ich kann damit nicht mehr fahren, aber sie steht zum Beispiel vor dem Notausgang, kann ich die Taste hier drücken, P, dann sind die Bremsen gelöst und ich kann die Maschine wegschieben oder wegziehen. Ansonsten habe ich hier noch dieses Symbol, dieses rote. Wenn da die rote LED am Blinken ist, symbolisiert mir das, dass das Korbgewicht zu hoch ist. Das heißt also, ich muss Ballast aus dem Korb entnehmen. Hier ist mein Betriebsstundenzähler. Auf der rechten Seite sehen Sie so einen Halbkreis. Da zeigt es mir an, wie voll die Batterie ist. Und zum Thema Batterie habe ich hier unten noch die Anzeige, wenn ich den Ladestecker eingesteckt habe, wenn die Lampe dann hier leuchtet, dann ist die Batterie voll. Wenn der gelbe Blitz oben drüber leuchtet, dann ist die Batterie am Laden und ist die rote Batterieleuchte an, dann heißt es, ich habe irgendwo eine Störung vorliegen. Ansonsten haben wir hier noch die Hinweisschilder. Maximale Seitenkraft 400 Newton, maximale Windbelastung 12,5 Meter pro Sekunde. Das heißt also, wir dürfen mit der Maschine draußen arbeiten. Wir dürfen maximal zwei Personen einladen, die maximal 200 Kilo liegen. Hier hat man also gerechnet pro Person 80 Kilo. 2 mal 80 Kilo sind 160 Kilogramm plus 40 Kilo Last. So ist man auf maximal 200 Kilo Korblast. Man darf die Personen zahlen und man darf die Korblast nicht überschreiten. So, dann haben wir hier also unsere Korbsteuerung. Wir haben hier den Joystick. Hier vorne ist ein Totmannschalter dran. Wenn ich den Totmannschalter drücke, während der Joystick in Nullstellung ist, und wenn ich dann den Joystick nach vorne bewege, fährt die Maschine nach vorne. Desto weiter ich den Joystick auslenke, desto schneller wird die Bewegung. Wenn ich den Joystick auf mich zuziehe, fahre ich zurück, wenn ich in der richtigen Richtung stehe. Ansonsten hat man zur Hilfestellung hier nochmal den weißen Pfeil und oben auf dem Joystick einen schwarzen Pfeil. Dasselbe haben wir dann unten auf der Maschine auch nochmal den schwarzen und den weißen Pfeil, damit ich mich nicht vertue mit vorwärts und rückwärts fahren, falls ich mit der Maschine mal zum Beispiel um 180 Grad verschwenkt bin. Ansonsten, die Lenkung haben wir hier oben drauf. Der rechte Mikroschalter ist für Lenken rechts, der linke Mikroschalter ist für Lenken links. Wenn ich den Joystick erst den Totmannschalter drücke und dann den Joystick nach links bewege, schwenke ich den Oberwagen nach links. Bewege ich den Joystick nach rechts, schwenke ich den Oberwagen nach rechts. Ansonsten haben wir hier die Bewegung, hier hinten Korbarm auf bzw. Korbarm ab. Diese Bewegungen hier muss ich aber in Verbindung mit diesem grünen Schalter machen. Das heißt, ich muss den grünen Schalter drücken plus die Bewegung, die ich dann hier fahren möchte. Korbarm auf, Korbarm ab. Hier haben wir Korbarm austeleskopieren, Korbarm einteleskopieren und hier haben wir den Mast heben oder das Mast senken und unten links haben wir das Korb schwenken. Auch da muss ich die grüne Taste bei drücken, Korb schwenken rechts, Korb schwenken links. Notausschalter, ganz klar, der muss natürlich gezogen sein, wenn ich arbeiten möchte. Ansonsten haben wir hier noch die Hupe. Hier ist die Hupe. Die Taste muss ich drücken, wenn ich mit dem Oberwagen nach links oder nach rechts über einem Rad verschwenken bin. Dann haben wir auch noch mal ein Symbol, was leuchtet. Hier unten das gelbe. Wenn das dann leuchtet, muss ich erst diesen Knopf drücken und festhalten und dann kann ich erst fahren. Und hier haben wir noch mal die manuelle Korbneigung. Falls der Korb mal nach vorne oder nach hinten geneigt ist, kann ich den hier manuell wieder gerade stellen. Ansonsten haben wir hier noch mal die Symbole für unser Schloss, für unseren grünen Taster, dass ich den drücken muss. Das ist die Schnecke, dass der Schneckenbetrieb aktiviert ist. Wenn ich also angehoben bin, kann ich nur langsam fahren. Das linke gelbe Dreieck ist für eine elektrische Störung. Das rechte gelbe Dreieck ist dieses Symbol, dass wenn ich fahren möchte und verschwenkt bin, dass ich die Taste drücken muss. Das linke achteckige Diagramm ist für den Schrägstand, dass meine Maschine schräg steht. Dann darf ich nicht weiter heben, sondern muss direkt wieder in Grundstellung fahren, muss mir einen anderen Aufstellungsort suchen. Die rechte Lampe zeigt mir an Überlast im Korb. Ansonsten haben wir noch hier bei der Steuerung aktiv die Batterieanzeige. Links wäre leer. Der linke rote Balken zeigt leer an, dann der linke grüne Balken zeigt ein Drittel an. Wenn der mittlere Balken noch mit dazu ist, haben wir zwei Drittel. Wenn wir ganz rechts sind, haben wir drei Drittel, also Batterie voll. Die anderen Lampen sind nicht in Betrieb. Und zum Beispiel jetzt gleich sind wir dann in so einer Situation oder Position. Wenn ich dann fahren möchte, muss ich erst diesen Freigabeschalter betätigen. Jetzt in dem Falle, wenn ich jetzt den Joystick einfach nach vorne mache, kann ich nicht fahren. Also wenn die gelbe Lampe dann leuchtet, muss ich erst meinen Totmannschalter drücken, muss meine Freigabe drücken und dann kann ich erst fahren. Und dann muss ich halt auf die schwarzen und weißen Pfeile achten, falls ich verschwenkt bin, dass ich nicht in die falsche Richtung fahre. Hier unter dem Seitendeckel, wo auch die Bodensteuerung ist, befindet sich auch unser Schuko-Stecker für die Korbsteckdose. Diesen Stecker muss ich halt irgendwo in die Steckdose oder an ein Verlängerungskabel anschließen. Ich muss darauf achten, dass der Sicherungsautomat und der FI-Schulschalter eingeschaltet sind. Und dann kann ich hier in meiner Korbsteckdose ein elektrisches Gerät, einen elektrischen Verbraucher mit 230 Volt betreiben. Damit brauche ich hier kein Kabel oder auch keine Kabeltrommel runter baumeln zu lassen, womit ich mich irgendwo festfahren könnte. Unter dem hinteren Deckel hier befindet sich einmal unser Schuko-Stecker für das Ladegerät. Diesen Stecker muss ich halt irgendwo in die Steckdose stecken, damit mein Ladeberät aktiv ist und mir die Batterien lädt. Nach dem Batterieladen muss ich auch sicherstellen, dass genug Batteriewasser in den Batterien drinnen ist. Dafür drücke ich einfach hier das Knöpfchen, dann läuft meine Pumpe an und solange sich dieses Rädchen hier dreht, läuft Wasser durch. Das heißt also, es fehlt Wasser in den Batterien. Und wenn die Pumpe läuft und das Rädchen bleibt stehen, dann heißt es, das Batteriewasser ist voll. Ich kann aufhören, die Batterien mit Wasser zu befüllen. So, unter dem Seitendeckel befindet sich auch noch ein Teil der Notsteuerung. Das heißt, die Rändelschraube, wo ich eben von sprach, ist diese hier. Diese muss ich ganz nach links rein drehen. Ist auch auf diesem Aufkleber hier nochmal erklärt. Als erstes also die Rändelschraube ganz nach links drehen. Und als zweites dann hinten, wie ich eben schon mal gezeigt habe, den Hebel nach unten drücken. Dann kann ich den Mast senken. Und wenn ich halt den Oberwagen schwenken möchte, muss ich auch die Rändelschraube nach links drehen. Ich muss mir hier meinen Pumpenhebel nehmen. Ich setze den Pumpenhebel hier auf. Und dann muss ich nämlich entscheiden, ob ich den Oberwagen nach rechts oder nach links schwenken möchte. Wenn ich den Oberwagen vom Korb aus stehend sehend schwenken nach links möchte, ziehe ich diesen Button hier und pumpe. Dann bewegt sich der ganze Oberwagen nach links. Wenn ich den rein drücke und pumpe, bewegt sich die ganze Geschichte des Oberwagens nach rechts. Wenn ich dann hier fertig bin, muss ich natürlich die Rändelschraube nach rechts rum wieder raus drehen. Und den Pumpenhebel geht er hier festmachen. Also auch hier, um den Korbarm zu senken, muss ich erst die Rändelschraube auf der anderen Seite, die wir eben schon reingeschraubt haben, reinschrauben und dann hier diesen roten Pilzschalter Richtung Korb ziehen. Und somit senkt sich der Korbarm durch sein Eigengewicht nach unten. Wenn er dann unten ist, muss ich natürlich auf der anderen Seite die Rändelschraube auch wieder raus drehen, damit ich ganz normal weiter arbeiten kann. Um den Mast zu senken, muss ich auch wieder die Rändelschraube rein drücken, die wir ja schon reingedreht haben. Danach den roten Hebel nach unten drücken und durch das Drücken des roten Hebels fährt der Mast durch sein Eigengewicht in sich zusammen. Wenn er dann ganz unten ist, muss ich natürlich auch wieder die Rändelschraube raus drehen, die ich vorher reingedreht habe. Also nach getaner Arbeit muss ich die Maschine in Grundstellung bringen, schalte die Maschine aus, nehme den Schlüssel mit, damit niemand unbefugt die Maschine benutzen kann. Und das war also die Erklärung für unseren Tukan T120.